Wir befinden uns im Bahnhof Blumberg und stehen direkt vor dem 1886 erbauten, ehemaligen Reiterstellwerk von Konstanz. Dieses Stellwerk wurde in Konstanz abgebaut und 1999 als Ausstellungsstück hier in Blumberg wieder aufgebaut. Das Stellwerk steht heute unter Denkmalschutz. An der Frontseite befindet sich eine lange Eisentreppe und die Türe des Reiterstellwerkes steht weit offen. Von hier oben hat man einen schönen Überblick über den darunterliegenden Bahnhof Blumberg. In 10 Meter Höhe befindet sich auch der ehemalige Arbeitsplatz der Stellwerker. Er ist voll verglast und man hat einen 360 Grad Rundumblick. Im Abstellbereich steht eine Lokomotive, die so noch nie auf der Sauschwänzlebahn zu sehen war. Die Diesellok wurde 1952 gebaut und gehört zu den sogenannten Mack-Stangen-Lokomotiven. Sie kamen hauptsächlich bei Privatbahnen zum Einsatz. Je nach Modell war die Motorleistung zwischen 240 und 1200 PS. Es ist der 29. Mai 2023 und wir werden den Museumszug gezogen von der Mack-Stangen-Lokomotive mit unseren Kameras begleiten. Bevor wir die Reise in das Hutachtal starten können, muss die Lokomotive noch umgesetzt werden. Die Lokomotive noch umgesetzt werden können, muss die Lokomotive noch umgesetzt werden. Nach dem Umsetzen und Ankuppeln der Personenwagen wäre der Museumszug bereit für die Fahrt ins Mutachtal. Doch die Fahrt beginnt erst in einer Stunde. Um die Zeit zu überbrücken, habe ich noch einige Informationen über die Diesellokomotive und das mechanische Stellwerk im Bahnhofsgebäude in Blumberg. Die Dampflug 262 wurde verkauft und dafür wurde die Mack-Stangen-Lokomotive gekauft. Die Blumberger gaben ihr den Namen V80. Abgestellt ist sie im Bahnbetriebswerk Pfützen. Wir machen noch einen kurzen Besuch im mechanischen Stellwerk, das sich im Bahnhofsgebäude befindet. Es ist ein Einheitsstellwerk der Bauform Bruxal. Die Signale A, P1 und P2 sowie die Weichen 1 und 2 sind an das Stellwerk angeschlossen. Der Rest sind Handweichen. Die Bahnhofsuhr mahnt zur Eile. Die geplante Abfahrt ist um 10.10 Uhr. Also bleibt den Mitreisenden nur noch zwei Minuten Zeit, sich einen freien Sitzplatz zu suchen. Die Geschichte der Sauschwänzle-Bahn begann 1887. Die ehemals großherzogliche Badische Staatsbahn beschloss den Bau der Strecke. Am 20. Mai 1890 wurde der Schienenverkehr freigegeben. Der Museumszug fährt von Blumberg-Talwärts bis in den 25 Kilometer entfernten und 231 Meter tiefer gelegenen Bahnhof Weizen. Wir haben aber beschlossen, den Museumszug bergwärts zu filmen. Da die Fahrt spektakulärer und der Dieselzone somit verstärkt durch das Wutachtal zieht. Wir überspringen die Talfahrt, darum fahren wir schon nach kurzer Zeit in den Bahnhof Weizen ein. Die Endstation Weizen ist erreicht. Hier haben die Bahnreisenden eine halbe Stunde Pause. Es gibt genügend Parkbänke und hier kann man in Ruhe sein mitgebrachtes Vesper genießen. Am Zugende befindet sich ein Kiosk mit kalten Getränken. Und für die Kinder gibt es bestimmt ein leckeres Eis. Für die Rückfahrt nach Blumberg wird die Tisellok noch umgesetzt. Dies ist im Weizen möglich, da hier noch ein zweites Gleis vorhanden ist. Das Umsetzen der Lokomotive zieht immer viele Zuschauer, insbesondere Kinder an, die interessiert zuschauen. Und so manches Foto wird hier für das Familienalbum erstellt. Für Fahrradbegeisterter ist auch vorgesorgt. Wem die Steilstrecke von Weizen nach Blumberg zu anstrengend ist, kann sein Fahrrad problemlos in vorhandenen Packwagen mitführen. Taucht der Zugführer mit seinem Mitarbeiter auf, ist die Pause in Weizen beendet. Die noch offenen Türen werden geschlossen, noch einmal wird auf die Uhr geschaut und dann geht es los. Die Nostalgiefahrt wie in den 1950er Jahren durch das Wutbachtal. Ursprungцев Untertitel Untertitelung des ZDF, 2020 Unter uns sehen wir die Dächer von Grimmelshofen. Über die Bahnbrücke wird die Bundesstraße überquert. Hier beginnt auch die erste Steigung der Wuttachtalbahn in Richtung Lausheim-Blumeck. Nach 3,2 Kilometer ist der erste Halt im Haltepunkt in Lausheim-Blumeck. Entlang der Bahntrasse gibt es einen Wanderweg, bekannt als Sauschwänzle-Entdeckungstour. Der Start ist in Blumeck, der Weg ist 18,5 Kilometer lang und man muss 4,5 bis 5 Stunden rechnen. Man kann sie aber auch abkürzen und zum Beispiel wie in Lausheim-Blumeck den Museumszug benutzen und nach Blumeck zurückfahren. Verlässt der Zug die Haltestelle, muss er zuerst die vielbefahrene Landstraße überqueren. Als Sicherheitshinweis steht nur ein Andreaskreuz am Straßenrand. Um die Sicherheit zu erhöhen, wird aber noch die Überfahrt mit einer roten Flagge abgesichert. Mit dieser Filmeinstellung kann man den markanten Stangenantrieb bestens beobachten. Wir sehen noch den letzten Wagen, wie er im grünen Blätterwald langsam verschwindet. In etwa 500 Meter Entfernung kommt das 1.205 Meter lange Kehrtunnel im Weiler. Nach etwa 5 Minuten verlässt der Museumszug den 1.500 Meter langen Kehrtunnel und anschließend überquert der Zug über das Wutach-Viadukt die Wutach. 1,5 Kilometer entfernt vom Wutach-Viadukt treffen wir auf das 224 Meter lange Grimmelshoferner Tunnel. In Kürze erreichen wir den Bahnhof Grimmelshofernern. Der Standpunkt war für die Grimmelshoferner nicht optimal. Der Bahnhof Lausheim-Blumeck war für die Bevölkerung einfacher zu erreichen. 1926 wurde der Bahnhof für den Personenverkehr beschlossen. Heute hat der Museumszug immer einen kurzen Aufenthalt, um ein- oder auszusteigen. Den Grundstein der Wutachtalbahn hat das Militär gelegt. Darum hieß sie umgangssprachlich Hochkanonenbahn. 1890 wurde die Strecke durchgehend eröffnet. Auf der linken Seite sehen wir ein Ausweichsgleis, das für die Militärzüge als Abstellplatz vorgesehen war. Nach drei Minuten Aufenthalt geht unsere Reise weiter. Für die Bahnstrecke mussten insgesamt fünf Tunnels, die teilweise bis 1700 Meter lang sind, gebaut werden. Ebenso benötigte man fünf große Viadukte und Brücken zur Verklärung der Quertäler. Das nächste Tunnel, das wir erreichen, ist das kleine Stockhaltetunnel mit 86 Meter Länge. Nach einer Linkspurve in Fahrtrichtung geht es nach etwa 100 Meter in den 1700 Meter langen Stockhalde-Kreiskehrtunnel. Nachdem der Museumszug im Stockhalde-Kreiskehrtunnel verschwunden ist, wechseln wir unseren Filmstandpunkt vor das Ostportal. Mehrere Minuten später hören wir aus der Tunnelröhre die schwer arbeitende Diesellokomotive. Ein Genuss für jeden Eisenbahn-Fan ist die Überfahrt über das Fützernor Viadukt und die anschließende Fahrt über die Dächer von Fützen. Es sind nur noch ein paar hundert Meter und wir erreichen den Bahnhof Fützen. Der Bahnhof liegt am nordöstlichen Rand des Ortes in 587 Meter Meereshöhe. In Fützen befindet sich auch das Bahnbetriebswerk. Im Bahnhof Fützen ist ein längerer Halt vorgesehen. Wir wissen, dass in Fützen auch ein mechanisches Stellwerk im Bahnhofsgebäude vorhanden ist. Das werden wir uns natürlich gemeinsam ansehen. Im Empfangsgebäude befindet sich die Funkleitstelle, ein Einheitsstellwerk der Bauform Bruxal. Die roten Stellhebel sind für die Signale und die blauen Stellhebel sind für die Weichen. Ganz wichtig ist die Bahnuhr an der Wand. Es ist fünf nach zwölf und es wird Zeit, dass der Museumszug weiterfährt. Zeit, die auf dem Weg geht. Es wird Zeit, die Schiff auf die Schiff zu werden. Es wird Zeit, die Schiff überwärteren. Die Schiff überwärteren. Die Schiff überwärteren. Die Schiff überwärteren. Die Ausfahrt aus Pfützen führt uns durch das Bahnbetriebswerk. Schaut man aus dem Fenster, steht links ein Kohlekran. Ein Stück weiter vorne gibt es zwei Lokschuppen. In diesen Lokschuppen werden die Lokomotiven gewartet oder restauriert für den nächsten Fahrtag. Hier wird in der Zeit, dass die Lokomotiven gewartet. Hier ist die Lokomotiven gewartet. Die Lokomotiven gewartet werden. Die Lokomotiven gewartet werden. Nach der Überklärung der Bundesstraße 314 sind es noch etwa 400 Meter zu dem 540 Meter langen Tunnel am Achdorfer Weg. Die Einfahrt erfolgt über das Tunnel Südportal. Nach dem Bahnhof Lippenhofen gibt es meiner Meinung nach die zwei interessantesten Meadukte der Sauschwänse. Dies ist das 264 Meter lange und 34 Meter hohe Äpfelhofener Viadukt. Danach kommt das 252 Meter lange und 24 Meter hohe Wiesenbach Viadukt. Genießen wir zusammen die Überfahrt der V80 mit seinem Personenwagen über diese beiden herrlichen Viadukte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir befahren das Äpfenhoferner Viadukt ein zweites Mal, gefilmt aber aus einer anderen Perspektive. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 müssen wir noch durch das 805 Meter lange Bodenbergtunnel und danach sind es noch ca. 500 Meter bis zum Bahnhof Blumberg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020